Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und heute machen wir ein richtig, richtig cooles Baubattle. Wir bauen ein richtig heißes Haus und ein richtig, richtig kaltes Haus. Und warte mal Katja, welches Haus willst du denn bauen? Ich baue das Eishaus. Oh, das ist ja richtig cool Katja. Da baue ich das heiße Haus. Das ist richtig, richtig nice. Okay, warte mal. Bist du bereit? Ja, bin ich. Okay, auf die Plätze, fertig und los. Zack, 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 zack. Ich habe mir schon ein paar Blöcke vorbereitet. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und mein Haus wird richtig heiß sein, tatsächlich. Oh Gott, verbrenne ich mich dann dort? Vielleicht. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Und ich bin richtig gespannt, Katja, was du für ein Eishaus bauen wirst. Das wird richtig cool, ich sage es dir. Das wird bestimmt voll schön aussehen. Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Okay, das hier wird auf jeden Fall der Eingang sein. Und mein Haus wird richtig heiß sein. Da wird es richtig warm drinnen. Oh, oh. So, zack, 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 da baue ich das hier. Und da baue ich das hier. So, 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 so und so. Oh, das ist sehr nice. Und warte mal, Katja, darf ich ein bisschen spicken? Hallo. Nein, geh weg. Okay. Ich habe nicht gespickt. Ja, ja, ja. Okay, aus dem Block hier würde ich den Boden bauen. Oh, das sieht richtig cool aus, tatsächlich. Das wird so ein heißes Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, zack, 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 zack. Und vor allen Dingen, ich sehe die ganze Zeit das Feuer. Oh, oh, das ist ja richtig heiß hier drin. Oh, oh, so zack und zack und zack. Okay, ich bin schon fertig mit meinem Fußboden. Pass auf jeden Fall auf dich auf. Oh ja, natürlich, warte mal. Ich habe eine Idee. Was denn? Ich mache hier so einen Lavasee drumherum. Das wird richtig nice. So, zack, 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 zack. Oh, das sieht so gut aus, tatsächlich. So und so und so. Oh, sehr nice. Okay, ich mache hier alles sehr kalt. Also, wenn du hier hinkommst, frierst du direkt? Oh nein. Und wenn du zu meinem Haus kommst, dann schwitzt du. Oh Gott, oh Gott. Ja. So, zack, 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 zack. Dann mache ich den Lavasee hier noch ein bisschen größer. Und ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass die Wolle hier nicht anfängt zu brennen. Das wäre ganz und gar nicht gut. Oh, das stimmt. Das wäre echt nicht gut. So, zack, 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 zack. Dann bin ich hier gleich schon fertig mit meinem Lavasee. Und da brauche ich natürlich noch so eine kleine Brücke als Eingang. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Und Kata, was brauchst du gerade? Ich brauche gerade mein Häuslein. Oh, sehr gut. Warte mal. Hast du schon das Dächlein fertig? Nein, ich brauche gerade, naja, das Grundgerüst. Oh, okay. Sehr nice. Ich bin wirklich so gespannt, wie dein Häuslein aussieht. Und hier kommen auf jeden Fall auch noch heiße Blöcke hin. So, zack, 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 zack. Das wird so cool sein, tatsächlich. Und warte mal. Ich brauche hier noch einen Weg, dass wir drüber laufen können. So, oh, sehr nice. Okay, da kommt hier auf jeden Fall der Eingang hin. So, zack, 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 zack. Okay, da kommt hier auf jeden Fall noch rotes Glas rein als Fenster. Oh Gott, oh Gott. Das sieht ja richtig cool aus. So, zack, 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 zack. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Okay, warte mal. Dann mache ich hier auch noch ein Fensterchen rein. Und hier kommt natürlich auch eins rein. So, und so. Da kommt hier ein Fensterchen hin. Zack, 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 zack. Und, oh, warte mal. Ich sehe da hinten einen Namen. Hallo. Hey, hör auf zu spicken. Ich spick doch gar nicht. Doch, machst du. Oh, sehr nice. Würde ich sagen, ich baue das Dächlein. Hm, aber warte mal. Wie soll ich denn das Dach bauen? Vielleicht so? Oh, ja. Ich glaube, so sieht das richtig cool aus. So, zack, zack, zack. Da geht es hier nach oben. Das wird so ein cooles Dach sein tatsächlich. Mein Haus sieht voll cool aus. Oh, ich bin so gespannt, wie dein Eishaus aussehen wird. Das wird bestimmt richtig schön sein. Das sieht echt voll cool aus. Oh, mir gefällt es richtig gut. Oh, sehr nice. Okay, ich baue hier gerade das Dach. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch richtig gut. Dann würde ich sagen, das hier baue ich noch ein bisschen höher. Hm, vielleicht so. Oh, ja, das passt ganz gut auf jeden Fall. Und ich habe eine richtig gute Idee, wie ich den Garten bauen werde. Wie denn? Hm, mit ganz viel Lava. Oh, meins ist echt kalt, sag ich mal so. Oh, meins ist richtig heiß, Kat. Wenn du hier rüber kommst, dann schwitzt du. Oh Gott, oh Gott, ich will nicht schwitzen. Ich bleibe bei meinem Eishaus. Hey. So, zack, 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 zack. Und ich bin gleich tatsächlich schon fertig mit meinem Dach. Und da kommt hier noch ein bisschen Dach hin. Und Moment mal, ich weiß noch gar nicht, wie ich mein Haus einrichten soll. Komm, hier ist auch noch alles sehr offen. Aber vor allem mein Haus ist sehr klein, muss ich sagen. Ja, Moment mal, mein Haus ist eigentlich richtig groß, tatsächlich. Echt? Meins ist wirklich sehr, sehr klein sogar. Oh nein. Oh Mann. So, zack, 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 zack. So, da kommt hier der Block hin. So und so. Oh, sehr nice. Okay, ich bin fertig mit meinem Dach. Sehr, sehr, sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall den Garten. Okay, so sieht mein Garten auf jeden Fall aus. Mit diesen coolen roten Blöcken hier. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Da baue ich hier noch so ein paar Türmchen, so vielleicht. Und da kommt hier auf die andere Seite auch nochmal so ein kleiner Turm. So, da kommt hier noch was hin. So und hier auch noch. Oh, das sieht wirklich so cool aus, tatsächlich. Und Kater, weißt du was? Was denn? Jetzt muss ich mein Haus auch noch einrichten. Oh ja, ich bin auch gerade beim Einrichten und das ist richtig schwer. Oh, das stimmt. Aber warte mal. Was soll ich denn in mein heißes Haus reinbauen? Ich weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall irgendwelche rote Sachen, oder? Oh, das stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Moment mal. Ich kann sogar einen Kamin bauen. Das wäre cool. Ja, okay, Moment mal. Dann würde ich sagen, ich baue hier so einen kleinen Kamin hin. Dann mache ich hier noch einen Sofa hin mit einem schönen Teppich. Das wird so nice sein. So, da kommt hier der Kamin hin. Vielleicht so und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich einen Kamin bauen soll. Ach man. So vielleicht. Ja, das passt auf jeden Fall ganz gut. Okay, dann geht es hier nach oben. Und da brauche ich ja noch einen Schornstein tatsächlich. Moment mal. So und so. Da baue ich noch einen kleinen Schornstein. Ein Schornstein wird richtig süßeres sehen. Ja, das stimmt. Okay, das hier ist mein Schornstein. Oh, das ist richtig cool tatsächlich. Okay, okay. Dann muss ich natürlich hier den Kamin noch anmachen. Dafür brauche ich ein bisschen Netherrack. Und ein Feuerzeug. So, zack, 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 zack. Da kommt hier Netherrack rein. Und dann kann ich das hier anzünden. Und dann brennt es die ganze Zeit so aus. Sehr nice. Jetzt habe ich hier einen kleinen Kamin. Und dann würde ich sagen, ich setze hier noch ein richtig cooles Sofa hin. So, das kommt hier hin. Und dann würde ich sagen, ich hole noch ein bisschen Teppich und den Fernseher. Das wird so cool. Okay, dann mache ich hier noch ein bisschen roten Teppich hin. So, zack, 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 zack. Und ich würde sagen, ich bin tatsächlich schon fertig mit meinem heißen Haus. Ich brauche noch ein bisschen. Oh, das ist kein Problem. Ich warte, bis du fertig bist. Okay, ich bin fertig. Oh, sehr gut. Okay, Kata, dann würde ich sagen, du kannst zu mir rüberkommen. Okay, okay, warte mal. Ich laufe mal rüber. Und du sagst Stopp. Und Stopp, bitte. Kann ich mich umdrehen? Ja. Und jetzt kommt das heiße Lava-Haus. Das ist echt heiß. Oh, ja. Oh, okay, warte mal. Das komplette Haus ist ja aus Lava. Ja. Oh, what? Das ist wirklich so cool. Hier habe ich meinen Sofa. Hier sind meine Bettchen. Und guck mal, Kata, ein schöner roter Teppich mit meinem Kamin. Und einem kleinen Fernseher. Und guck mal, Kata, hier ist es so heiß drin tatsächlich. Hier ist es echt richtig heiß. Aber warte mal, der Kamin ist wirklich mein Favorite. Das sieht ja richtig cool aus. Oh, danke schön. Und guck mal, Kata, ich habe hier außenrum noch so einen schönen Lava-See gemacht. So, zack, zack, zack. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig heiß. Und hier mit dem Blöck noch ein bisschen im Garten. Das ist auf jeden Fall so cool. Oh, das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Es ist wirklich sehr heiß hier. Oh, das stimmt. Und Kata, ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, wie dein kaltes Eishaus aussehen wird. Oh, komm mit. Ja. Okay, Kata, darf ich auf deine Seite? Natürlich, komm rüber. Und so. Okay, kann ich mich umdrehen? Ja, da hast du. Oh, ich bin da richtig, richtig gespannt. Und? Oh, Moment mal, das ist ja ein Iglu. Ja. Oh, das sieht so schön aus tatsächlich hier mit dem ganzen Schnee. Das hast du so schön gebaut, Kata. Dankeschön. Guck mal, hier ist sogar ein kleines Schweinchen. Oh, hallo, kleines Schweinchen. Was machst du denn hier? Ach, Mann. Und hier ist es so richtig kalt, Kata. Ich habe richtig kalt. Oh, oh. Oh, oh. Und schau mal, eigentlich waren hier drumherum noch die ganzen Schneemänner. Aber die haben sich, naja, ein bisschen von dann gemacht. Die sind jetzt da. Ja, was ist denn hier los? Ach, Mann. Okay, warte mal, Kata. Ich würde sagen, wir gehen mal in dein Iglu rein, okay? Ja, schau mal. Es ist zwar nicht sehr groß, aber es sieht eigentlich ganz süß aus. Alles ist sehr hellblau eingerichtet. Und guck mal, selbst der Boden ist Eis. Du kannst sogar so ein bisschen rumrutschen. Oh, stimmt. Oh, das gefällt mir so gut. Und vor allem, das passt farblich auch so gut alles. Du hast ein blaues Bettchen. Du hast einen blauen Teppich. Sogar eine blaue Blume. Und sogar dein Rucksack ist blau. Und schau mal, wir haben hier sogar einen kleinen Schneemann. Oh, das ist ja süß. Dein Iglu gefällt mir wirklich so gut. Und vor allem hier auch mit den Fenstern. Hallo. Hallo, na? Ja, das sieht so süß aus. Und vor allen Dingen, es ist auch so kalt tatsächlich. Oh, das stimmt. Vor allem vergleichen wir unsere beiden Häuser. Guck mal, bei dir ist es wirklich so warm. Und bei mir sieht es wirklich so kalt aus. Oh, das stimmt. Mein heißes Haus ist wirklich so, so, so warm. Und dein Iglu ist wirklich richtig, richtig kalt. Aber ich muss sagen, Kata, dein Iglu gefällt mir richtig, richtig gut. Das hast du so schön gebaut. Oh, danke schön. Aber mir gefällt auch dein heißes Haus richtig gut. Okay, Leute. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, welches Haus ihr schöner findet. Findet ihr das kalte Iglu von der lieben Kata besser? Oder mein heißes Lava-Haus? Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Das wird mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Das kalte Haus ist viel cooler. Was ist denn hier los? Du schmeißt dich ja mit Schneebellen ab. Quatsch, 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 quatsch. Hey, Kata, du machst nur Quatsch. Ja. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt den Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schrauben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.